Das bedeutet sicherlich dann auch einmal für das Unternehmen selber, wie stellen wir uns auf, wie gehen wir mit Ressourcen um, wie gehen wir halt eben mit den Dingen um, die wir halt eben benötigen, um unsere Öfen herzustellen, um damit aber auch Produkte herzustellen, die auch möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend arbeiten. Mein Name ist Thomas Heuft, ich bin die achte Generation der Heuft Unternehmensgruppe. Wir bauen Backöfen, Backanlagen für Bäckereien. Wir erfüllen alle Kriterien, die man für ein Hinten-Champion erfüllen sollte. Wir sind Marktführer, Weltmarktführer bei thermoölbeheizten Backöfen. Ein Heizsystem, das sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten etabliert hat. Mein Name ist Georg Großenbach, ich bin Geschäftsführer der Heuft Unternehmensgruppe. Unsere Produkte sind für die Bäckereibranche gemacht. Wir bauen Backöfen, sind da sehr spezialisiert mit einer speziellen Technik. Die muss man sich so vorstellen wie eine Zentralheizung, also wir erhitzen Öl. Und diese Anlagen, die wir dann bauen, sind von der Größe her der kleinste, vielleicht wie eine Garage. Und der größte passt in irgendeine Tourenhalle. Durch die Konzentration auf Thermoöl haben wir uns natürlich sehr spezialisiert. Und wir haben auch dann viele Dinge, die wir hier selber entwickeln, konstruieren, auch fertigen. Und haben somit eine sehr hohe Fertigungstiefe. Der Vorteil des Thermoöl-Heizsystems bedeutet wirklich aus backtechnologischer Sicht, also das Beste, was man an Back-Eigenschaften haben möchte, können wir damit erzielen. Aber auch aus ökonomischen und ökologischen Gründen. Also Nachhaltigkeit ist ja für unser Unternehmen ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auch in der Zukunft mit widmen wollen. Und das bedeutet sicherlich dann auch einmal für das Unternehmen selber, wie stellen wir uns auf, wie gehen wir mit Ressourcen um, wie gehen wir halt eben mit den Dingen um, die wir halt eben benötigen, um unsere Öfen herzustellen, um damit aber Produkte herzustellen, die auch möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend arbeiten. Unsere Werte sind auf der einen Seite die Kundenzufriedenheit. Das haben auch unsere Mitarbeiter genauso herausgearbeitet. Das zweite ist ein Wir-Gefühl, dass im Team gemeinsam Dinge gemacht werden. Und dazu zählt auch, dass man auch Spaß haben kann an der Arbeit. Also Rolf ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben 300 Mitarbeiter und es ist im Grunde genommen eine große Familie, die alle Thermoöl im Blut haben, die Thermoöl-People. Wir haben natürlich tolle Mitarbeiter, bodenständige Mitarbeiter, den typischen Eifler. Und wir werden also aus heutiger Sicht den Standort weiter ausbauen und nicht irgendwo versuchen, günstiger herzustellen oder irgendwo anders hinzugehen. Der Standort Bell hier liegt verkehrsgünstig. Wir sind da gut platziert. Die Autobahn ist direkt vor der Tür. Das gilt aber auch genauso für unsere Mitarbeiter, die drumherum hier wohnen. Die sind relativ schnell mal in den verschiedenen Oberzentren, die hier in der Region liegen. Ich glaube, die Kernkompetenz für Holf ist auf jeden Fall eine tiefe Verwurzelung mit der Region und dann der absolute Wille, eine Kundenzufriedenheit herzustellen. Vielen Dank! Schule! Untertitelung des ZDF, 2020